Schubidididu Didu Erstmal was snacken Juhu Ah, verdammt Die Frames verarschen mich auch nicht genau Ah, Alter So, wir müssten mal wieder unser Weizenfeld abhauen Wir müssten definitiv mal wieder unser Weizenfeld abhauen Aber, ja komm Essen wir nochmal ein paar Hühnchen Die müsste ich dann auch erstmal bringen So, lass ich mal einfach im Inventar Because we can, ne Wo muss ich denn hin? Hier lang Perfekt Oh, meine Hand ist so bleich Was ist bloß? Ich bin so blass Es ist das Mondlicht, das mich so bleich aussehen lässt Dafür ist der Morgen, glaube ich, sehr, sehr schön Mit diesem Shader Pack Habe ich zumindest so in Erinnerung Oh ja, das sieht sehr schön aus Wunderschön Hell, aber wunderschön, ne So, Diamantschwert in die Hand Man weiß ja nie, was einer erwartet Das Wasser ist auch cool jetzt So Auf geht's Gegen irgendwelche Viecher jetzt wieder kämpfen Uh, oha Oh, oha Erstmal, das, das Ich dachte gerade, der Anime schwebt da Also, aber erstmal Auf den Creeper, würde ich sagen Komm schon Und Bapp Moment Oh Gott So Das wäre ganz schön komisch gewesen So, und dann nochmal auf die Skelette hier Losgerüstet Dürften wir ja sein Und kaputt kriegen Dürfen wir uns auch nicht Das ist mir jetzt nicht so leicht Und Ich würde gern an die Pfeile und so ran So, wo müssen wir lang Wo müssen wir lang Ähm Ich hab's schon wieder vergessen Und das ist alles so verpixelt Das ist nicht Naja Irgendwie ist Minecraft so das Spiel In dem ich mich eigentlich Grundsätzlich nur Aufrege Ähm Bin ich hier denn Nein, ich bin Ich bin so inkompetent Arg Da hinten müssen wir hin Ja Ich kann's kaum erwarten Bis mein Kumpel herkommt bei mir Hierbei hilft Da kommen Dann snacken wir uns auch nochmal Hier hinten Das Sprengpulverchen ab Von dem Cooligen Schuh Ach verdammt mich Das ist doch Ich weiß Ich schummle Ich baue das hiermit jetzt einfach zu So Und Bedeck das hiermit Und das wird lange nicht reichen Verdammt Ach Das ist doch Das müssen wir auch nochmal abbauen hier So Hier haben wir Stabile 24 Frames Und die schon nicht mehr So sieht Der Baum schön aus Und wackelt schön Aber Naja Was soll man machen Ne So Schwertchen in die Hand Und dann geht's da wieder hoch Ab ins Getöse In Wolkenhöhe Ich bin an die Diamanten dran Hahaha Das ist so geil Wenn ich da dran bin So zu snacken Haben wir auch noch ein bisschen Und dann Wir sagen hier Bauen wir hier nochmal zu So Oh Alter Wehe Du machst mir hier einen Frame-Anbruch Dann schlage ich dir so doll in die Fresse Bis meine Faust bricht Was Ähm So 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 Ja Ja Ähm Wir sind so nah an den Diamanten da Da ist ein Diamant Und den kommen wir gleich ran Hoffentlich So Und eigentlich finde ich das Texture Pack ziemlich nice. Hm. So. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich damit aufgehört hatte. Wahrscheinlich, weil es so mega geröckelt hat. Und so nicht flüssig lief, wie jetzt. In diesem Moment. Es lief doch so schön. Hm. Wir bräuchten eine Fortune-Pigax. Das wär schön. Und what the fuck, sieht das hässlich aus, wenn ich was abbaue. Was soll man machen, ne? So, da kriegen wir doch den ganzen Stein direkt auch wieder. Genau, das Licht scheint dadurch. Wie logisch ist das denn? Was ist das? What the fuck? Das Licht scheint dadurch den Stein. Ja klar, warum nicht? Lassen wir den Stein aber mal Stein sein und Licht durchlässig. Das ist doch so in der Natur, soweit ich weiß, ne? Nicht. Immer wieder diese Texture-Packs und Shader-Packs und alles, was dazu gehört. Verdammt, ey. Naja. Bauen wir hier fröhlich weiter ab. Wird schon irgendwas bei rauskommen, ne? Wir hatten ja so viele Diamanten gesichtet und haben bisher EINEN. Herzlich Willkommen bei Minecraft. Ich sollte das Let's Flame-Minecraft heißen. Äh, nennen. Mann. Mann, Mann. Oder bin ich einfach zu inkompetent? Naja, ausschließend will ich das ja nicht. Meine Inkompetenz ist ja schon mehrfach bewiesen worden. Aber so, ansonsten ich weiß auch nicht. Kommt hier eigentlich noch was so irgendwie an Gegenständen? So, an wertvollen Erzen? Oder eher nicht so? Hm. Hm. Oh, ich weiß jetzt auch schon, dass das ausgerinnert so mega scheiße aussehen wird. Diese ganzen... Zum Beispiel jetzt da hinten diese Inseln, ne? Das Glas. Dieses... Dieses Anti-Analyzing, Anti-Analyzing, Sisting, Bla, das... Das sieht einfach so scheiße aus mit Glas von Minecraft. Äh... Aber was soll man machen? Ne? Aber warte mal, würde ich das nicht anders machen? Einfach oben drauf und dann abbauen? Wie doll tut man sich weh bei dem Sprung? Hm. Wollen wir das einfach mal ausprobieren? Uh. Okay. Zumindest wissen wir, dass wir nicht runterfallen werden. Das sieht jetzt auch komisch aus beim Abbauen. Aber naja. Wie ist der Track ziemlich laut, ne? Naja. Ist auch egal. Red ich halt ein bisschen lauter. Passt schon irgendwie. Es flackert auch wieder das Licht. Ach. Jetzt weiß ich, warum ich mit den Sheldern aufgehört hatte. Weil es einfach zum Kotzen war. Hab ich... Ja. Okay. Gut. Ich glaube, ich sollte mir mal eine Treppe bauen oder sowas. Wo hatte ich das? Hier. Da werde ich mir gleich noch mal irgendwie eine Treppe versuchen zu basteln. Die einen sicher nach unten bringt. Denn es wird schon wieder Nacht. Es wird schon wieder Nacht. Hey. Äh. Komm schon. Döt. Döt. Wir müssen so oder so weg. Aber zumindest haben wir einen motherfucking Diamanten. Gleich müsste das Licht plötzlich auf lila umschwenken. Soweit ich das verstanden habe. Da der Fall runter wäre schmerzhaft. Und da haben wir es lila. Sehr schön. Und ich habe bestimmt gar nichts zum Abbauen dabei. Nope. Perfekt. Wieso nicht? Warum habe ich eigentlich plötzlich so viele Jazz-Tracks in meiner Playlist? So. Ähm. Ja. Und jetzt? Wir müssen nach Hause. Es geht nicht anders. Au. Hier lang. Uh. Vorsichtig rennen. Gerade mit dem Diamanten in der Hand. So. Erstmal nach Hause. Komplett Minecraft wird schwarz-weiß. Gut. Auf geht's. Seid bekannt Weg. Oh. Das ist so hässlich. Es tut mir leid. Ja. Oh Gott. Ah. Ah. Fuck. Lass mich rein. Oh. Gott sei Dank. Sicherheit. Huh. 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 Wir können später ja mal auf Jagd gehen. Aber. Erst wenn noch Minecraft optimiert ist. Anders nicht. Weil mit 23 FPS lässt sich nicht schön spielen. Das ist einfach so. Warum? Ich. Äh. Verdammt. Wie viele Eisen haben wir denn noch? Sechs. Wir können uns inzwischen eine diamantene Spitzhacke machen. Aber. Ja. Wir brauchen so oder so eine Eisenspitzhacke. Dann machen wir noch ein paar aus Pubblestone. Für den ganzen anderen Quatsch. Wir müssen ja Hochstoffe sparen. Ähm. So. 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 Nicht schön. Aber was soll's. So. Da. So. Und. Eine Runde knacken. Ich hatte das vergessen. Ich weiß. Es tut mir leid. Was sagt denn der schöne Timer? Äh. Noch nicht mal die Hälfte vorbei. Mann. Vielleicht beende ich auch vorzeitig die Aufnahme. Weil das eigentlich nicht schön ist. Wir werden einfach mal ein bisschen mehr abbauen. Und dann wird das schon alles irgendwie. Jetzt geben wir nochmal ein paar. Creeper. Zombies. Alles mögliche jagen. Und dann. Passt das. Dann dürfte das passen. Oder beende ich lieber jetzt die Aufnahme. Das würde sich sehr gut treffen. Passen. Das ist ein Enderman. Okay. Ein Skelett. Das irgendwie nicht viel ausgehalten hat. Don't you dare. Alter. Für den Frames und der Anzahl an Creepern. Ich weiß nicht warum ich so gerne auf Creeper Jagd gehe. Ich hab echt keinen Plan. Wir können uns. Wir sind schon bald auf Level 30. Hoho. Wehe, du explodierst. Wir messen Northe. Wir müssen aufhören. Wir machen.